Ein PR-Experte hat den Erfolg der Marketing-Taktiken hinter der Neuveröffentlichung der Memoaren von Prinz Harry als Taschenbuch enthüllt. Ein PR-Experte hat den Erfolg der Marketing-Taktiken hinter der Neuerscheinung von Prinz Harrys aufsehenerregenden Memoaren, Spare, als Taschenbuch enthüllt, die heute, 24. Oktober, in Großbritannien in die Regale kommt. Spare, sorgte nach der Veröffentlichung der gebundenen Ausgabe im Januar 2023 für Aufregung. Das Buch beschreibt detailliert Harrys Zerwürfnisse mit der königlichen Familie, vor allem König Charles und seinem älteren Bruder Prinz William, einschließlich seiner Entscheidung, seine leitende Position aufzugeben und sich zusammen mit seiner Frau Meghan Markle, der Herzogin von Sussex, von der Firma zu trennen. Prinz Harry hat beschlossen, die Inhalte in der neuen Taschenbuch-Ausgabe des internationalen Bestsellers nicht zu aktualisieren und keine Seiten zu entfernen oder zu ändern. Der PR-Experte und Gründer von No Strings Public Relations, Riley Gardiner, sagte gegenüber Express.co.uk exklusiv, die Veröffentlichung sei eine clevere Strategie. Er sagte, die Veröffentlichung von Prinz Harry, es spare als Taschenbuch ohne neuen Inhalt ist eine kluge Strategie, um erneutes Interesse zu wecken und Leser zu erreichen, die sich vielleicht für eine günstigere Option statt der gebundenen Ausgabe entschieden hätten. Die typische Lücke von anderthalb Jahren zwischen der gebundenen und der Taschenbuch-Ausgabe ist eine gängige Praxis.